So, ich war schon bei der Ira und die hat schon alle gegrüßt in Biebesheim. Jetzt bin ich bei euch. Und ja, sagt mir was. Die Susanne begrüßt. Hallo Biebesheim, wir sind wieder da. Frohes neues Jahr. Bleibt gesund. Danke. Das hat sie gut gemacht. Den schließe ich mich an. Ach, du machst das auch ganz kurz. Na klar. Wo ist dein Sohnemann? Der hat sich verdrückt. Oh Gott, das gibt doch gar nichts. Der hat euch erkunden, kommt. Ich muss. Ja. Okay. Haben wir die noch mal drauf, genau. Okay. Ja gut, heute muss ich ja mal das neue probieren. Das sind Mini-Granatsplitter. Mini-Granat. Ich habe jetzt eins zum probieren gekriegt. Also, ich muss sagen, die sind... Ja, das sind echt keine Ahnung. Okay, dann wünsche ich was. Ja gut. one Ja gut, jetzt stop. apparently Owners